Lucia, ich würde dir gerne in die Augen schauen in dieser heutigen Ausgabe, aber es geht einfach nicht. Du siehst, ich bin am Schläfen zu massieren. Du siehst mich nicht, oder du Arme? Ich habe vor 10 Minuten angefangen. Ein Migränenanfall. Ich habe nie einen Kopf, das ist ein massives Kopf. Das muss ich mir horrormässig vorstellen. Also jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Aber ich habe wirklich die ersten Anzeichen, das ist bei mir immer genau gleich. Die Augen anflimmern und dann einfach so, dass ich wirklich nichts mehr sehe. Du hast mir vorhin gesehen, wie ich da auf dem Bildschirm etwas probiert zu lesen in einem Podcaststudio. Ja, du hast es nicht noch lesen können. Und ich habe mich jetzt auch schon mal entschuldigt, weil ich habe nämlich ein Tablett nachgeworfen. Ich weiss, in dem Moment, wo die Augen anfangen zu flimmern, dann muss ich die Tabletten einwerfen. Und wenn du jetzt aus, wie soll ich sagen, um die Pharmaindustrie nicht noch zusätzlich zu pushen, kann ich Name-Dropping machen, Produkt-Name-Dropping. Aber ich muss sie genau so eins einwerfen. Und dann geht es eine Zeit, dann geht es schon langsam wieder besser mit den Augen. Und vor allem, wenn ich es eben nicht mache, dann habe ich dann so wie ein Dope-Hates-Gefühl, in den Fingerfaden zu hoch. Das ist das nächste Symptom, dann wandern zu hoch. Über den Arm, über den Hals, über das Gesicht, bis in den Kopf und dann kommt mein Kopf herüber. Und dann ist es wirklich... Stell dir so vor, so eine norwegische Black Metal, Death Metal Band, der einfach auf... Wie gross ist so ein Kopf? 20 Quadratzentimeter spielt. Ah, so AC-DC. Ja, AC-DC ist doch schön dagegen. Aber so richtig... Ja, ich bin grosser AC-DC-Liebhaber. Also unangenehm in dem Fall. Ja, aber darum jetzt das Tablettli ist drin, ein Kaffee ohne einen Schluck nehmen. Ah, sehr schön. Und noch andere, du hast noch etwas gemeinsam mit dem Jonas Wind, oder? Jonas Wind. Du hast jetzt... Jetzt ist mir mal einen rausgerutscht hier, bevor es mir aufgezeichnet wird. Warte, was dachte ich mir? Ja, 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 ja. Komm, wir legen los! Legen los! Hack the view! Sie setzen an. Zur Blutgrätsche und Bodyjack. Sport-Talk ungefiltert. Mit Energy-Sportreporter Luzi Frika und Energy-Moderator Roger Schirsch. Willkommen beim Ersatzbank-Geflüster. Ja, das sind die Man-Keyfe-Vibes, die wir da versprühen. Nein, aber... Versprühen? Ja, nein. Aber super! Hoffen, die keine Gasform. Nein, ja, Gott, nein. Oh! Nicht gut. Ah, ich wollte schnell zusammennehmen. Nein, natürlich müssen wir in der aktuellen Folge darüber reden, was gerade beim Nordschweizer Meister abgeht, auf dem Fussballrasen, auf dem grünen Teppich, beim BSC IBE im Wankdorf. Das Rumore-Traffi Vicky ist weg. Joel Manier übernimmt an den Interims, auch zumindest schon mal. Den Nernen. Fokus aber auch in den Hockey-Stadien der Nation. Es geht langsam aber sicher los mit den Playoffs. Ski-Update müssen wir auch machen. Auf der einen Seite lassen Marco Odermattein die ganze Welt ausflippen. Dann haben wir Lara gut berahmiert. Was? Rücktritts-Gedanken. Und Lukas Braten, der ehemalige norwegische Skistar, der plötzlich mit Zuckerhut und Samba auf einer solchen Skipiste könnte bringen. Wie war es wo? Ab jetzt. Ersatzbank-Geflüster. Und jetzt ab ins Stadion. Du hörst schon nicht mehr nur einen kräftigen Kopf. Was ist es? Kaffee oder ein Tee? Kaffee, 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 Kaffee. Nein, Koffein hilft. Bei Kopfbeschwerden. Kaffee am Studiopult, und nicht am Pistar. Gibt es Kaffee am Studiopult? Ein Podcast-Studiopult. Ja, ähm... John habe ich vor allem angefangen, weisst du, was du jetzt nicht gehört hast, oder die ganze Vorbesprechung, der Luzi und ich hatte, dann hat er ihm so gesagt, er hat so mit einem Spitzbübel-schelmischen lachen. Da will ich dich dann unbedingt noch drauf ansprechen. Da will ich dich dann noch drauf ansprechen. Ja, wegen dem unguten Dusch. Und Kuh ist das Mikrofon offen. Da muss man es gleich als Einstieg nehmen. Es ist menschlich, es ist menschlich, Freunde, es ist menschlich. Was hast denn du? Bohnen zum Mittagessen? Ja. Was ist der Grund? Ja. Rote oder so? Nein, äh... Wir sehen doch die Kidney-Bohnen, die äh... Genau, die sind ganz schön. Die grossen, weissen. Genau. Ja, äh... Die Ätz könnten wir auch mal wieder machen. Aber ähm... Du, ist bei dir alles gut so weit? Ja, alles wunderbar. Flora, alles? Zwei? Genau, äh... Die Storen musste noch repariert werden. Komm, darf ich noch kurz schnell... Das müssen wir noch schnell... Okay, wir sitzen jetzt bei knapp 5 Minuten. Können wir noch einmal maximal 5 Minuten, wo wir uns kurz schnell nicht ums Sportliche kümmern? Ja, also... Es ist immer so lustig, dass wir in einem Sport-Podcasts sind. Aber eigentlich reden wir am Anfang immer meistens über alles andere. Ja, du, deine Storen ist kaputt gegangen. Was ist denn da? Ja, einfach nach 20 Jahren halt langsam ein bisschen älter schwach. Und dann ist eben ein Zürcher her, der, äh... Warte, jetzt Chris hat er geheissen. Äh... Ah! Wie viel Storen, das es braucht. Genau. Er hört den Podcast einfach einmal. Ich weiß auch nicht, weil er den Namen kennt, ja. Liebe Grüße. Liebe Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Mehr Sonnen innen lassen, Herr Ribeiro. Genau. Weniger Storen. An der Flanke dann. Red Star hat dann knapp 2-0 verloren. Und knapp, ähm... Ja, an Führung sind sie dann vorbeigeschrammt im letzten Grund. Stimmt! Äh... Ja. Das ist noch nicht so lange her, oder? Ja, das war im Oktober. Ah, schön. Okay. Ja, die Medienwelt ist klein, gell? Wenn der Storen-Monteur kommt und äh... Die plötzlich ebenfalls in die Welt entführt. Genau. Macht sich aber ein bisschen Sorgen. Er ist gleichzeitig noch EAC Kloten-Fan. Uuuuh. Ungut. Aber das sieht ja eigentlich gut aus. Weil es auch gar keine... Also ja. Zum Wissen, okay, können wir das später noch. Aber es wird auch gar keine Liga-Quali geben. Respektive Playout-Final. Für das müssten Outen oder Fisp. Ja, zumindest äh... Nazi B. Ja. Oder der Swiss-League-Meister. Wie man ja oft noch weiter gesagt werden. Das sieht schlecht aus im Moment. Stand Mittwochabend 19.34. Ich finde es schön, dass ich vor zwei Minuten gesagt habe, dass wir äh... Gar nichts äh... Sport, sondern jetzt vor allem über das Private reden. Und dann kommst du und machst eigentlich gleich die schöne Brücke und ich reisse dann alles mit dem Arsch wieder ein. Ja, privat äh... Das gehört halt auch der Sport einfach auch dazu. Ja, bei mir ist es... Ah, genau. Was hast du da drauf für Klamauk zu erzählen? Ich habe nicht gross Klamauk gehabt. Das ist vielleicht der Langfingersport, den ich könnte anschneiden. Ach du hast es einfach von an... Hey, bei mir ist es eingebrochen worden. Also bei dir oder bei... Also bei mir zuhause... Also bei mir zuhause... Also bei mir... Also ich muss es schnell erklären. Schau, folgende Szene, oder? Eben, wir arbeiten ja beim Radio. Ich bin ja heute am Nachmittag noch auf Sendung gewesen. Oder habe ähm... Ja, wie man auf Neue Deutsch sagt... On Air. Und dann schaue ich meinen E-Mail-Account an. Und dann sieht er das E-Mail drin, von meiner Hausverwaltung. Und der steht dann einfach wirklich drin. Ja, wir haben gemerkt, dass am letzten Wochenende in unserem Keller eingebrochen wurde. Ach, bei dir? Das ist schon dramatisch. Ich meinte bei uns im Radiostudio. Ach nein, ja. Dann wäre es mir ja gleich gewesen. Nein. Nein, aber wirklich... Also bei mir privat zuhause an meiner Wohnadresse in diesem Gebäude. Das ist ein... Ja, wie sagt man das? Man hat so einen Block halt einfach. Aber schön. Genau, einen modernen Block. Ja, und auf jeden Fall ist dort eben über das Wochenende irgendwie eingebrochen worden. Im Keller. Das musst du dir vorstellen. Das ist doch der klassische Keller. Einfach so... Wie sagt man? Ein Kellerabteil, ein Kellerabteil. Mit diesen Holzgittern, oder? Und jetzt ist wahrscheinlich... Niemand beschuldigt. Aber ich habe einfach gesehen, wie über das Wochenende jemand wahrscheinlich eingezogen ist in diesen Block. Und die haben wahrscheinlich dann auch das Zeug noch in den Keller runter getan. Und dort auch einfach die Türe, die Kälertüre, wo normalerweise nur mit einem Batch reinkommst. Arretiert, offen. Und dafür dass sie natürlich rein und raus kommen, haben die wahrscheinlich vergessen... Also das sind mutmassig jetzt, gell? Wahrscheinlich nicht mehr zu getan. Und da sind irgendwie... Ich habe mit einem guten Freund und einem Nachbarn darüber diskutiert und er hat gesagt, wahrscheinlich sei es Teenager, die heutige Jugend, Peter. Hey, hey, hey. Und was passiert ist, er sei eingebrochen und habe bei mindestens zwei Kellerabteile aufgebrochen. Aber nicht eines. Der hat je eine Flasche Wein ausgeknallt. Nur eine Flasche? Du, aber die sind... Qualitätsbewusste Teenager sind das. Wie? Eigentlich noch nicht. Da sind nicht das ganze Haar an das Nehmen. Ja. Und dann war ich natürlich vor dem Zeug rein. Und während der Sendung meiner Frau haben angerufen und gesagt, du, stell dich in den Keller runter. Geh, schau, ob bei uns ist eingebrochen worden. Stell dir mal vor, wenn du weißt, dass der eigentlich eingebrochen wurde, meine Frau ist auf Telefon. Ich angst, ich traue mich nicht runter. Dann hat sie gesagt, du musst sicher schnell schauen. Bei uns ist nichts geklagt worden. Du, er hat einen ganz miserablen Flachwitz. Wenn es ein Super League-Goal wäre gewesen, verantwortlich wäre... Ja, stimmt eigentlich. Aha. Gemeinsam mit dem... Mit dem Yannick... Einbrecher. Einbrecher, oder? Fast ein bisschen Deutschweber geben. Ja, stimmt. Nein, aber du weißt ja, letztes Mal vor einem Jahr, dein Wichtunggeschenk in dir in Briefkast, den Milchkarsten da. Ja. Ja. Wenn ich auch gewusst hätte, dass es so einen langen Finger hätte, hätte ich dir das persönlich für die... Du, das ist ja nicht nur bei mir im Quartier so, gell? Ich glaube, das ist ja Schweizer... Also, Sachen, die wegkommen, also jetzt abgesehen von Einbruch und Zeugen und Geschichten, wirklich Päckchen, die geklaut werden, die vor... Das hat Zalando geklaut. Ich habe alles, Mann, alles. Aber wer ist da eigentlich... Ich habe zwei von unseren sozialen Gefügen. Jetzt machen wir einen Rechts-Podcast. Nein, wer ist da rechtlich verantwortlich, wenn jetzt ein Zalando-Päckchen wegkommt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kannst du ja dann irgendwie... Wahrscheinlich kannst du doch gar noch eine Sicherung angeben, Hausrat, oder? Ja. Egal. Ja, komm, wollen wir mal anfangen? Es sind schon zehn Minuten vorbeigangen hier. Sehr gut. Und mittlerweile stinkt es schon längstens. Das wäre Zeit für den Nachschub. Mann, jetzt hör auf. Allee. Nein, also, komm, eben, wie gesagt, ich glaube, das Hauptthema sportlicher Hinsicht in dieser Woche ist klar aus der Hauptstadt rausgekommen, eben mit dem Rafi Vicky, der entlassen wurde. Das hat es, glaube ich, schon lange nicht mehr gegeben. Als Leader, notabene. Ja, und der Trainer entlassen hat. Und meine Schwiegermutter ist ein bisschen hässig auf mich. Ich glaube, ich habe seither gar nicht gewagt, ihren anzuleuten, die ja dann zweimal über den Sender sie zitiert. Die sage jetzt den Namen nicht. Nein, sie hat gesagt, am Sonntag beim Znacht, also zwölf Stunden bevor sie vollzogen war, Vicky Spicke. Und das ist doch eigentlich fast ein bisschen Nostradamus. Vicky? Schon wieder? Dann hat sie gehabt. Ja. Ich glaube, das schlippe ich auch in diesem Fall einfach in der Familie. Weil in der vorderen Ausgabe haben wir ja darüber diskutiert, dass du Nostraduzzi bist eigentlich. Weil ja da der Abgang respektive der Job vom in Hamburg... Ah ja, vom Thorsten, nicht Legat. Nein, vom Steffen Baumgart. Ich komme jetzt auf den Thorsten Legat. Lautmalerisch ein bisschen ähnlich. Ja, vom Steffen Baumgart, genau. Mit der Art, ja. Eigentlich voraus gesagt hast du gehabt. Ja, schön. Ja, nein. Also eben für eine Raffinette. Komm, aber es wurde schon viel gesagt. Ja, nein. Da tue ich mir persönlich leid. Es ist ja... Ich weiss nicht. 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 Aber der... Wie heisst der jetzt? Mit Nachnamen Martinetti vom Corriere del Ticino. Der hat angerufen. Da steht tatsächlich ein grosser Artikel. Im Corriere? Im Corriere del Ticino. Exato. Ja, und was ist der? Also... Der wird eben sogar... Es ist ein Zwischentitel. Tartuffi e Luganigette. Dann habe ich mir eben gesagt, es sei ein bisschen so, man kann nicht nur dem Raffi Vicky die Schuld geben, sondern es sei wie eben ein Sternenkoch, statt Trüffel und Filet, nur noch... Champignons. Champignons, genau. Und Luganigette, also so Schweinswürste zur Verfügung. Und dann kann man halt nicht das gleiche Menü hinzaubern. Ein bisschen ähnlich ist es mit dem IBK. Ja. Es sind fast zehn Abgänge. Klar, im Sommer schon, Fasnacht, Zesiger, Rieder. Jetzt in der Winterpause ein Samee, Rudani. Plus noch der Verletzungsbech mit Imeri, Ugrinic und Benito. Also das sind jetzt schon acht Spieler, die man halt nicht einfach so ersetzen kann. Darum finde ich es auch ein bisschen heikel, da 100% dem Raffi Vicky die Schuld zu geben. Aber ich verstehe natürlich auch die Führung, dass ja das etwas hätte gehen müssen, weil die Bornkurve von Serveto und IB sind klar Diameter. Ja, ja. Also genau, ich gehe da die genau gleiche Stossrichtung hinein. Was mich einfach gestört hat, wir haben in der letzten Folge immer wieder darüber diskutiert und ich habe recht lange eigentlich zum Raffi Vicky gehalten und gesagt, er reisst das Ruder noch um. Wie gesagt, irgendwann ist dann einer einfach auch ein Trainer oder Best-Trainer machtlos, sage ich jetzt mal, oder? Und wenn er das Spielermaterial nicht hat. Also, das muss ich wirklich schnell differenzieren, weil er hätte das immer noch gehabt. Es ist immer noch das Kader, das da steht jetzt, das er zur Verfügung hatte. Es ist immer noch, wenn man fragt, einfach der stärkste Kader der Liga auf dem Papier. Aber sie sind einfach komplett neben den Schuhen. Ja, sie schübelt nicht ineinander. Es ist irgendwie das Schriftli, wie soll ich sagen? Er greift nicht. Er greift nicht. Ja, du hast ja auch ein Cedric Giten, der symptomatisch gegen sie auch im Köp, wo er eigentlich eine 100%ige hat, aber den Kopf einzieht vor dem Goal. Die Szene wurde auch schon x-mal diskutiert, auch in anderen Podcasts. Und dann war es quasi wie ein Anti-Fussball irgendwie. Und ich habe so das Gefühl in den letzten Wochen. Und ich habe so das Gefühl, das ist klar auch von Raffi Vicky ausgegangen in gewissem Mass. Aber hinten dran ist es viel mehr gesteuert worden, auch von der Chefetage. Eben z.B. von einem Steve von Bergen. Wo ich in den letzten Wochen und Monaten auch kein gutes Zeugnis ausstelle. Mit aller Sympathie und Liebe. Ja, natürlich. Aber das weiss er ja selber auch. Die Kommunikation ist... Du merkst eigentlich, dass die ganze Fan-Kommune dort, jetzt aus gelb-schwarzer Sicht natürlich, einfach gegen die steht. Er sagt ja, er hat keine Zeitungen gelesen, nie. Das darfst du ja auch einfach allgemein. Ich finde eben auch spannend. Hat er wirklich nichts gelesen? Hat er das? Ja, das kommst du ja automatisch mit. Im Walliser bot er nämlich nicht an, dass er die Leser-Kommentare abdruckt hat. Der wird sicherlich kritisiert, weil Walliser die Walliser per se nicht kritisieren. Und ich habe spätestens gemerkt, als ich auf Fischbe-Sepp-Platter-Reportage machen durfte. Und darum ging es, kritische Stimmen zu holen. Aber ja, wirklich nicht 99, sondern 100 Prozent. Das ist ein Fischbe-Sepp. Ja, aber eben... Ich glaube noch, dass Raffi und Vicky wurde nebst dem, dass er dann zum Verhängnis ist. Aber ich glaube, dass das Ausscheiden im Köp gegen Sion, gegen FC Sion, noch viel mehr wird da, als man sich das wahrscheinlich vorstellen kann. Und eben, es ist dann noch... Aber irgendwann hast du einfach auch... Wie soll ich sagen? Auf Englisch ist es der Handel, oder? Also die Griffwirkung nicht mehr als noch so guter Trainer auf ein Team. Also ich glaube, es ist einfach mal so. Man kann es einfach sagen, ein bisschen plump. Aber ich glaube, er hat die Kabine verloren. So zwei Fränkeli in die Frasen. Und ich will nachher im nächsten Pest nach 10 Sekunden. Ja. Das ist ja wahnsinnig, das Gegengall. Der da, übrigens... Oder Elf sei es gewesen. Wie heisst der der SFL-Boss, Philipp Guckisberg? Ja. Auf LinkedIn habe ich jetzt gerade den Post gesehen. Die SFL hat wirklich Top 3 von den schnellsten Goals in der Super League gepostet. Das ist nicht ganz das schnellste. Danke. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich muss es nachher noch schauen. Auf YouTube. Da kannst du einfach eingeben. Top 3. Fastest Goals in der Super League. Ich glaube, ich glaube... Wie gesagt, ich wollte es noch nicht auf die Folge suchen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Also eben, ich glaube noch, bei allem, was da in den letzten Wochen abgegangen ist, im Wankdorf draussen. Also der Raffi Vicky. Klar, eine Mitschuld hat der Traitor wahrscheinlich auch. Und das ist uns auch bewusst. Aber ich finde es unfair, jetzt alles dort auf ihn abzuwälzen. Und was da über ihn übergeschwappt ist. Auch in den Fanforen etc. Ich finde es schön, dass er dann gleich viele Stimmen gegeben hat. Und gesagt hat, hey, hey, merci gleich. Frau, ein Raffi und alles Gute für die Zukunft. Wahrscheinlich wird er dann nicht in Zukunft irgendwo ein Amerikaner sein. Seine Frau eben ist ja US-Amerikaner. Und das hat er ja nie heil daraus gemacht, dass er eigentlich dort... Ich glaube, dort passt er dann halt auch hin. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich an Raffi Vicky und die Zukunft denke, ich sehe immer so... In der NFL, bei American Football, da sieht man halt auch mit ihren Surfaces immer um die Säcke. Weisst du? Die Coaches und so. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Dass er halt so den Laptop-Trainer halt einfach so ist. Er perfektioniert das ja irgendwo durch. Das ist eines von deinen Lieblings-Wörtern. Laptop-Trainer. Das ist ein geiler Ausdruck, oder? Warte, du hast abgelöst. Du hast früher Albert vom FCB... Zecki am Thun. 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 Zecki ist neu auf Nummer 1. Zecki ist schon ewig nicht mehr erwähnt. Ja, er macht halt auch nicht so viel, gell? In Burnley. Bei Burnley. Ja, aber nein. Was ich doch noch interessant gefunden habe, gell? Also statistikmässig... Sorry, man hört jetzt schnell ein Zahlengewusel. Aber eben, das sollte mich aufhorchen lassen. Was hat Raffi Vicky für einen Punkt? Was hat der Punkteschnitt beim BSCI-BK? 2,3. Das ist in der Art jetzt irgendetwas. Nein, nein. Das wäre ja der Fall. Wenn der Trainer bei so einem Punkteschnitt lag... Also jetzt über das Gesamt, auch mit Köpfspiel und alles? Nein, einfach nur in der Superliga. Über alle Turnier, Ligen und so weiter und so fort. Also 1,8... 1,8... Keine Ahnung. 1,73. Ja. Ist der Punkteschnitt. In der Superliga ein Schnitt von 1,96. Ja, ja. Das ist eben nicht so schlecht. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Schnitt. Wenn wir nachher schauen über seine gesamte Amtszeit, wo er... Ja, was hat er ja angefangen? Also im Sommer, im Juli 2022 besitzen. Ja, knapp mehr. Ja. Give it or take. Zwei Jahre. Egal. In 88 Spielen für den BSCI-BK ein Schnitt von 1,97 Punkten. Das ist ein fantastischer Punkteschnitt. Eigentlich. Und ja. Auch dort können wir noch einmal schauen, was hat er sonst für einen Punkteschnitt gehabt. Beim FCB hatte er dann 1,88. Also eigentlich auch ein guter Punkteschnitt. Aber trotzdem noch deutlich tiefer. Ähm. Ja. Um den Teufel gehen wir nicht. Das macht einem wirklich keinen Sinn mehr. Aber! Auch das habe ich dann interessant gefunden. Bei den Kollegen von Transfermarkt.ch. Ey, ich könnte mich dort stundenlang reinlesen. Und reinlesen. Und rein tun. Punkt an den Trainer. Gell. Dass wir das Ganze. Der Schnitt ist jetzt schlussendlich einfach nur eine Zahl. Eben die 1, was habe ich gesagt? Ähm. 9,6. Was habe ich jetzt gesagt? 9,7. Die er in seiner Zeit beim BSCI-BK hatte. Wenn man das mit anderen Trainern vergleicht. Vordran. Ja, Matteo Vanetta, der Übergangslösung ist. Das erzählen wir jetzt mal nicht. Aber. Doch, eben. Ich möchte wissen. Willst du wissen? So eine ähnliche Lösung. Elfspiel 1,45. 1,45. 1,45. Weil es jetzt eine sehr ähnliche Lösung gibt mit dem Schoelmann. Genau. Aber wenn wir noch weiter zurückgehen. Der David Wagner. Ungute Erinnerungen. 1,73. Ceriseo Ane. Der hat über 2. 2,15. Das ist ein fantastischer Wert. Ja, das ist fast unerreichbar. Wer hat den höchsten Wert gehabt? Dann höre ich auf. Bei Ane, Ibet, Rennen. Ich sage dir so viel. Ehm. 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 In den 50er Jahren. Ehm. 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 Im Jahr 2012 gewesen. Ehm. 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 Das war so weit voraus gewesen. Über zehn Punkte voraus gewesen. Das ist nicht so repräsentativ. Schwalmanek hat natürlich IB in- und auswendig. Er war Captain, ewig Spieler. Jahrzehntelang gefühlt schon dabei. Aber ich weiss nicht, ob von aussen... Er ist mir zu lieb. Ja, ob von aussen eine Polterie, ein bisschen mehr hat Feuer entfachen können. Du weisst, jetzt werde ich bringen. Also Corriere del Dicino ist sogar... Also das ist schon mein erster Ding. Dass ich preferische Marco Schellibaum. Ja, nein, ich sage auch, ich glaube, es hätte jetzt einen gebraucht, der das Feuer entfachen kann. Einer, der ein Antreiber ist. Liederschaft und Emotionen, wie er so schön hat gesagt. Absolut. Und das finde ich eben auch, für das weiss ich nicht, ob der Joel Manja... Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, das bringt der Joel Manja nicht so her, wie das eben andere Trainerakten würden können. Ja, er ist ein bisschen, um es mal wieder zu bringen, der Ausdruck ein bisschen wie irgendein Schüler, der nicht mehr so ganz brav ist, und nicht aus einem Steinerschullehrer vorsetzen. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich, ein bisschen zu lieben, ein bisschen zu brav, statt mal mit der Peitsche ein bisschen... Ja, oder... ...drei Hohle, nur mit den Kupferkugeln, die man erwärmen muss. Oder ein anderes Bild, für mich ist es zu viel Babybürste anstatt Stahlbürste, die jetzt durch die Wankdorf-Kabine durch den Fakt. Aber vielleicht wie wir Mungrecht, also fachlich sicher ein Vorrag, er hat Superliga-Erfahrung mit Xamax, klar, der nicht so erfolgreich, aber das Kader, welchen Xamax hatte, der wäre jeder andere, der hat auch Jose Mourinho nicht mehr rausgeholt. Also, ja, wir geben ihm mal eine Chance. Aber ist es jetzt... Was hast du jetzt das Gefühl, ich komme, jetzt ist das Meisterrennen, also ich höre von vielen Seiten, ja, jetzt ist das Meisterrennen aber wirklich offen. Also jetzt kann Servet wirklich angreifen, IB ist verwundbar. Auf der anderen Seite höre ich eben auch, ja, jetzt hat IB noch reagiert und den Impuls noch gesetzt. Also heisst es eigentlich wieder bessere Karten für IB? Denke ich auch, jetzt 12 hätte ich die aktuellen Ausgabe, glaube ich, hat Tabellen gemacht, Hin- und Rückrunde oder die Nazi-Pause ist wieder das Massgebende gewesen. Servet von allen Superleague-Klubs am wenigsten Punkt in den letzten Matchen. Von dem her, das ist rein statistisch, aber rein statistisch, aber ja, ich denke jetzt auch, vor der IB mit die Dreifachbelastung nicht im Gegensatz zu Servet, neue Trainer, der Kader besser, aber wenn die Kurve natürlich so weitergeht, ja, Servet durchaus chancen, aber wenn ich jetzt zuwetten müsste, würde ich gleich trotz allem auf IB. Ja, ja, eben, wie gesagt, es müsste einfach der Impact jetzt kommen, es muss der Impact von der Trainerbank kommen, ich habe einfach meine Bedenken, dass das mit Joel Mania machbar ist, aber eben, lassen wir uns da alle überraschen, wie sind es noch 12 Spiele, oder? Äh, 7 plus 5, ja. Voilà, yes. Und dann weiter, du hast auch schon angedänt gehabt, Joel Mania ist einfach sicher bis im Sommer da und dann gibt es eine neue EZWER passt. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, wir haben das schon mehrmals darüber diskutiert. EZWER steht, sorry, dass Sie den Artikel gängig erwähnen. Nein, Mattia Crocci Torte habe ich fast müssen sagen, oder? Wenn er das seiner Schuhe anruft, aber gleichzeitig sagt er, sie geht so verwurzelt bei Lugano, dass es auch schwierig ist. Aber ich denke, ihn oder Mario Frick, den habe ich mir schon vor einer Woche erwähnt, Crocci Torte, Mario Frick, wenn er zu ist und wenn er will, Lucien Favre, dass sie es an die nehmen, wo wir uns innen kommen. Ich habe eines Dinge, ich glaube, im Wankdorf wird das so ein bisschen gelebt, es gibt keinen Spieler oder Funktionär oder Mitarbeitenden, der grösser sein kann als der Klub. Willst du jetzt auf einen Urs Fischer raus? Unter anderem, ja. Und ich habe das Gefühl, darum wird kein Urs Fischer sein. Eben, keine, ja. Er ist, was nicht so eine derart ambitionierte Klubbeinberg. Klar, er hat beim FC Basel Erfolg kann, aber jetzt Union Berlin, das ist, ich sehe einen Ende wieder in der Bundesliga bei einem anderen Tag, wo er Begeisterung auslösen kann, wo er Schritt für Schritt hoch auf dem Treppchen kann. Aber Eben ist ja schon da oben, der Wartungshaltung ist schon maximal. Und dort ist jetzt ein Urs Fischer schwierig. Der Urs Fischer ist super, einen kleinen Klub hochzubringen und dann den Erfolg zu konsolidieren. Absolut. Also ich glaube ja, wie gesagt, aus persönlicher Sicht von ihm aus, er wird noch irgendwie ein Bundesliga-Agebot demnächst mal irgendwann reinflattern. Und ich glaube, die Tür will er sich auch offen behalten. Und das ist auch sein guter Recht. Er hat das mit Union, was er da geschaffen hat. Es war fantastisch und ich glaube auch nicht, dass er jetzt in diesen Schritt in die Super League machen will. Wenn in die Super League dann müsst ihr irgendwo zu einem Aushängeschild und das sind aktuell halt einfach zwei Vereine in der Schweiz. Es ist immer noch ein FC Basel mit Strahlkraft und es ist aktuell halt einfach auch der IB. Jetzt habe ich gesagt nur ein BSZ. Ja, ich weiß es genau, er hat es ja vorher gemerkt und ich es gesagt, dass ich immer BSZ sage. Genau, eben grösser als der Verein und darum schließe ich auch Lucien Favre aus. Auch dort von zweier Seiten her, weil er eben grösser als der Verein ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil Lucien Favre im Rentneralter ich glaube nicht, er hat es ja immer gesagt gehabt, dass es nicht seine Präferenz sei, in die Super League zurückzukommen, überhaupt, ob er dann nochmal das Traineramt übernimmt. Das ist auch in den Sternen irgendwie, darum habe ich so das Gefühl, ich glaube da, ah, ah, nein, das würde ich nicht herholen. Was sagst du zu Mario Frick? Mario Frick finde ich eine interessante Lösung. Er hat jetzt beim FC Luzern, was ist man, momentan Mittelfeld, ich glaube Platz 6 oder ich weiß es nicht gleich auswendig, weiss ich es jetzt nicht aus dem Sternen. es geht um Mittelfeld vor Winter. Und er hat einen grossen Strick verrissen, aber ist definitiv talentiert. Die Frage ist dort, ist er nachher für diesen Schritt zu machen? Und die andere Frage ist nachher, wie gross wird der Aufstand in der Zentralschweiz sein, wenn man jetzt aus der Hauptstadt schon wieder den Trainer klaut nach dem Ceri Soane. Was wird dort passieren? Und ist es auch der richtige Move? Und darum komme ich schon gerade den richtigen Move, den Gegner zu schwächen. Und darum mache ich jetzt eine Brücke zum René Weiler, weil auch diese Trainerakte wird umgereicht. Er, der Servette zu einem Titelkandidat gemacht hat in der letzten Woche, könnte man sich ja auch vorstellen. Oder Alain Geiger mit Servette Vergangenheit. Ist genau auch noch so ein Punkt, oder? Der Thomas Stamm tut auch immer wieder ein bisschen rumgeist. Das ist Freiburg U23, oder? Genau. Zweite Mannschaft. Finde ich eben wirklich je länger je mehr eine sehr, sehr interessante Personale. Ausser er spekuliert mal irgendwann Nachfolger von Christian Streich zu werden. Aber ja, der bis 25 noch weitermacht. Aber irgendwann sollte man einen Streich zur Ruhe setzen und vielleicht im Biosk aushelfen, wenn man ein Kaffee geht nehmen. Und ich möchte jetzt noch schnell will Thomas Stamm bei Freiburg U23, also bei der zweiten Mannschaft, am Ruhe der Rest das Ganze noch ein bisschen befeuern. Weil, wer ist auch bei Freiburg im 2? Auf der einen Seite Serge Müller, das kann ich gar nicht mitbekommen, von Schaffhausen. Ist das jetzt so? Der ehemalige Schaffhausen, der Rotschopf, der bei Freiburg 12 spielt und eben ein IB-Junior, Joel Bichsu. Stimmt. Stimmt, vielleicht kann der noch etwas vermitteln. Brücken bauen und dann plötzlich das... Also ich finde, oh, du brauchst, du brauchst jemanden, der ein internationales Flair hat, weil natürlich die ganze... Ist das Frankophon? Ist das das richtige Fremdwort? Ja, natürlich Französisch. Ich weiss jetzt nicht, ob Thomas Stamm der französischen Sprache mächtig ist. Also... Der würde natürlich für alle Geiger sprechen, auch für einen Favre. Mario Frick weiss ich nicht, ob er nebst gleich Estonisch Ich glaube, der Mowet, so gut Italienisch wäre sicher noch beschlagen in Italien. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Thomas Stamm recht international sich verständigen kann und inzwischen sicher auch mal auf Englisch. Was ja wahrscheinlich auch kein Problem sollte sein mit zum Beispiel mit dem Meschakeli und so weiter und so fort. Und dann glaube ich auch eben, Thomas Stamm wäre dort eigentlich schlussendlich die beste... Ich habe drei Namen. Thomas Stamm ist bei mir auf Platz 1, Mario Frick und dann Alain Geiger. Wo ich sehe. Ja, dann sage ich eins. Einfach rein nicht, weil es realistisch ist, sondern wie Wunsch völlig unrealistisch. Eins, Marco Schellibaum. Zwei, Mattia Crocci Torti und drei, Christian Streich darf ja nicht sagen, drei, Mario Frick Okay, gut. Ja, jetzt braucht es jemanden, wie gesagt, der sich verständigen auf mehreren Sprachen und vor allem die Jugend fördert. Und das ist ja die jüngere Nachwuchsabteilung auch mit einbindet. Und ich glaube, da haben wir mit Alain Geiger einen, der das schon bewiesen hat, mit Thomas Stamm sowieso und Mario Frick. Jo, es kommt jetzt ein Wochenende zum Gigantenduell im Schweizer Fussball, Clubfussball mit dem FC Basel. Schausverhalt, genau, die Partie. Ja, da wird noch Fieber gemessen, wie das aussieht. Sonst, kurz schnell durchgehen, was passiert, meinst du? Bei allen Spielen. Ja, kurz schnell, dass wir es noch drin haben. Iverdau, Iverdau ist mir irgendwie ein bisschen, was ist mit Iverdau, was passiert? Ja, ich habe die Folie erwähnt, ohne Inhalt, ja, jetzt lang Zeitwirkungen kommen wir nicht zu langsam. Ja, vor allem, und vor allem sind die Nerven nervenblank, oder? Einfach klar, dreimal verloren, aber auch dreimal rot kassiert. Boah, Platzverweis. Ja, ich denke, Iverdau könnte noch eng werden, dass sie in Barage landen. Vor allem, jetzt kommt da noch der FZZ auf Besuch am Samstagabend, auf die Sechse, und der FZZ hat auch viel Energie dankt haben, nach dem Elf-Sekunden-Gall gegen Ibe. Geht wieder ein 1-0 für FZZ, sage ich. Winti, GC, zerweitert, ich sage, im zerweiterten Zürich-Duell. Genau, Winti, wirklich im Höhe. Auf der Schütze. Winti, am zweitmeisten Goal geschossen, finde ich noch spannend. Und GC, die bei den Expected Goals einfach dermassen abschiffen, in dieser Rückrunde, die wissen wahrscheinlich nicht einmal mehr, wo das Goal steht, richtig. Babunski und Co, Baski schürft, das kommt wirklich, das ist herzlich, wenn ich, da denke ich auch, Vorteil, Winti. Samstagabend, auf die halben neun, ist der St. Gaue, Lugano. Auch das, das Duell zwar im Kibun-Park, aber der FZZ, der das letzte Heime wirklich auch nicht mehr gross brilliert hat. Ja, die Heimstärke ist noch ein bisschen aufhanden gekommen. Sehr, haben wir gar nicht, ich habe plötzlich noch gehört, sorry, jetzt muss ich noch eine Schurte schnell zurückgehen, aber trotzdem noch einen schneider Einwurf machen. Peter Zeidler soll ja auch noch umgeistern. der ist bei den IBA-Fans derart untertür. Ja, das habe ich auch. Also, da bist du doch Der wird gegenwinden, derart eisig, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Vor fünf Jahren, wieso nicht, dann zu seinen Sj-Zeiten, du bist schon länger her, aber jetzt, seit den letzten Jahren hat es zum Teil erlaubt, also ich persönlich finde den immer noch unterhaltsam, aber ich denke nicht, dass er bei den IBA-Fans so gut durch ankommt. Und unterhaltsam, also unterhaltsam darf ja keine Jobdefinition sein in einer Superliga-Trainer. Für unsere Medien wäre es sicher gäblich, weil er liefert immer knackiges Material, aber eben, das ist auch nicht das Kriterium. Es kommt ja Bono zum, nein, das ist eben nicht das Rone-Durby, Rone-Durby wäre ja Sion-Servet. Das Le Mans-Durby. Das Le Mans-Durby, genau, merci. Nicht mit dem Stefan Lehmanns-Tuch oder mit der Alicia Lehmann, sondern mit dem gerne für sie Lec Le Mans. Le Mans. Servet, Lausanne-Sport, da wird im Staten Genève gespielt, und da denke ich halt auch Lausanne momentan zeigt sich von der guten Seite, vor allem mit der offensiven plötzlich Gefährlichkeit, die sie dort versprühen. Auf der anderen Seite, das ist halt einfach Servet, der aktuell einen wahnsinnigen Lauf hat mit dem René Weiler, der wahrscheinlich da die nächste Dreier wird einfahren. Der ebenfalls am Sonntagnachmittag auf die halbe Fünfe Zangere, Lausanne-Stade, Lausanne-Uschi gegen Luzern. Wenn alles normal läuft, sollte auch dort der FCL Dreier reinfahren. Ja, souverän. Und dann eben im FCB, wo, ja, mal schauen, was die Akte Manja dann zeigt. Ja, sehr spannende Offiziere. Fabio Celestini eigentlich vielleicht mal. Ja, der wird auch immer wieder ein bisschen rumgegeistert, aber ich denke, er ist ja schon mal Kandidat gewesen und diese Beführung hat nicht für nichts ihm dann abgesagt, dass er sich für den Ceri Soane respektive. Es ist dann noch David Wagner gekommen. Stimmt. Ich weiß jetzt zwar nicht in welchem Jahr er das Thema war. Ich glaube sogar David Wagner ist dann vorgezogen worden. Voilà. Komm, machen wir mal. Ah, aber jetzt soll ich schon mal sagen, fussballtechnisch ist der Dzechu drauf, aber machen wir bei der Super League kurze Zeit. Eines möchte ich noch schnell sagen, nur mal ganz kurz, das müssen wir nicht lange diskutieren. Ja, du hast jetzt schon Teufel aufgehauen. Ja, ich habe noch etwas zur Nazi. Genau, wenn ist eigentlich die Nazi-Pause, was ist jetzt der? Die müsste doch jetzt dann herkommen. Drei Mal. Google weiss alles so nahe Mannschaft Pause 2024. Kalender, Schweizerische Fussballverband. Da. Ähm. Hä? Da kann man so ein März jetzt. Das kann ja nicht sein, das steht dritten März, aber das wäre ja, das haben wir übrigens gar nicht gesagt, heute ist übrigens der sechste, heute ist ja Mittwoche Abend, jetzt ist gerade acht die Türe. Genau. Der Zeitstempel habe ich mir noch völlig vergessen. Zusammenzug, nein, das ist doch von der Frau, nein, UEFA U17, Frauenfussball. Das ist das Ende März, das ist doch immer ich. Oder ist das nach den 33 Runden, dass dann ein Nazi-Gap dazwischen ist? Das A-Team. 23. März. 23. März ist Länderspiel gegen Dänemark. Eben, auch zu lange geht es nicht. In Kopenhagen. Nein, und das Zwölfte, das wunderbare Fussballmagazin, hat eine schöne Statistik gemacht, oder einfach nicht so eine schöne, weil du glaubst, die Schweiz ist, wie viele Nazi-Debutanten hat es in den Schweizer Nazi 2023 gegeben? Ui, nicht viel. Ah, 20. März, warte jetzt, der Nazi-Debutant. Also letztes Jahr, wie viele haben die Schweizer Anad? García dann noch debütiert? Nein, es ist ein einziger. Ah, ja, ich weiss es, ja logisch, Uran Bislimi. Du bist gut, 120 Punkte. Merci. Genau. Luganese. Nein, und sie haben die 100 populärsten unter die Lupe genommen und die Schweiz ist also auf Rang zwei von den wenigsten Nazi-Debutanten. Nur Burkina Faso hat es keine Einzigen gegeben. Nein, wirklich? Ja. Wow, so viel zum Thema Jugendförderung. Und da recht das Durchschnittsalter entsprechend sieht es auch beim Durchschnittsalter aus. Mit 28,6 Jahren steht die Nazi auf Platz 11 von 80. Genau, 80-Team haben sie unter die Lupe genommen. Also auch im vorderen Achtung. Und ja, wenn die... Also, Moment, schnell. Das heisst, auf Platz 11 von 80. Das heisst, 11, ältestes Team. Das heisst, das Durchschnittsalter hat berücksichtigt. Das hat jetzt nichts mit den Nazi-Debutanten zu tun. Wenn man einfach von diesen 80 Top-Nationen hat das Durchschnittsalter genommen, ist die Schweiz auf Rang 11 von den ältesten Teams. Ah, von den ältesten eben. Genau, 44% aller Spielminuten wurden zuletzt von über 30-Jährigen absolviert. Nur sechs Nationen haben höhere Werte. Zum Vergleich, Österreich kommt gerade mal auf 13,5%, wo über 30-Jährige haben gespielt. Wie viele sind wir? 44, also mehr als dreimal mehr. Und das wird eben auch, also jetzt ist es ja kein Problem, aber eben auch in Zukunft. Da hat Herr Chaka, Shaqiri, etc. nicht mehr im Fussball Alter sein, haben wir das Problem. Ja, aber das ist ja genau dann so gewesen, wo die vordere Generation rund um Tranquillo, Barnetta, etc. abgelöst sein wurde. Dann hat man es eben richtig, also dann hat man den richtigen Cut gemacht und so. Und du hättest, also wir hätten ja mehr als genug Material. Absolut, aber ich muss jetzt gleich, aber darum, mehr die Bitanten, die müssen irgendwann mal spielen können, mal ein bisschen an Nazi-Luft schnuppern können. Genau, und auf Rang 1 ist übrigens mit 22 Nazi-Debitanten, im 23 ist Sambia vor Jamaika. Aber die haben natürlich, muss man natürlich auch gesehen, die hat die Meisterschaften ein bisschen anders und da gibt es mehr Gelegenheiten in diesen langen Pausen mehr Spieler aufzubieten. Ah, interessante Statistik. Schweden auch, Schweden 21, Debutanten, Brasilien 20, USA 20. Ja, sehr spannend. Ja, aber man merkt ja schon, es ist schon die Liga, also die Länder mit, also da ist jetzt niemand unter den Top 5 Ligen dabei, oder? Nationen. Brasilien mit 20 Nazi-Debitanten. Ja, aber gut, Brasilien hat ja vor allem, also ist ja auch nicht bei aller Liebe, aber die eigene Time-Liga ist ja nicht ganz so stark oder vergleichbar mit zum Beispiel der Premier League mit den meisten Debutanten. Kolumbien vom 11. Genau, mit den wenigsten Worte der Top-Nationen. Ja, die Schweiz vom 2. Mit den beiden Debutanten Argentinien auch nur zwei Debutanten auf Rang 4. Aber spannende, spannende Rangliste. Sehr, sehr. Ja, merci für den Einschub. Wenn wir noch kurz schnell ein Wort verlieren, zuerst einmal Gratulation an Bayern München, für das es gleich noch hingehauen hat gegen Lazio. Nach der letzten Meisterschaft die Arbeidung. Ja, PSG, der sich ja diskussionslos durchgesetzt hat, heute Abend eben darm, weil wir jetzt ja schon nicht spannend, das ist ja schon auch schon entschieden. Ja, eben. Aber um Bayern geht es gleich noch zu Rumoren. Auf der einen Seite, was auf der Trainerbank abgeht, eben mit dem Thomas Tuchli, das war ja auch für ihn jetzt noch wichtig, dass er da noch hätte beweisen können, hey, es geht in dem Fall gleich noch. Auf der anderen Seite, was jetzt schon wieder Spekulierbild, hast du es gelesen gehabt? Nein. Bild hat unter anderem Gespräche mit den Bayern, Fragezeichen. Bayer Leverkusen ist irritiert über Spekulationen zu Xabiol Alonso. Doch, nicht auf Bild, sonst habe ich das noch immer gelesen, auch auf Kicker, ja, die haben auch ins Spiel, wäre ein typisch Bayern. Ja, aber das wäre eigentlich 1 zu 1 der gleiche Move, wenn jetzt ein E-Bes, ich würde bei Genf, bei Mario Frick, oder respektive bei René Weiler bedienen. Also ich finde, ich finde es dann auch, man, also wie soll ich sagen, ein Sympathie-Move ist es nicht, auf in keiner Nation. Der beste Konkurrent oder der Konkurrent Nummer 1 schwächt. Und das ist jetzt halt einfach so noch ein bisschen doppelt fies, weil wir jetzt mit Leverkusen die ganze Welt fiebert, das ist ein bisschen mit Leverkusen jetzt. Auf der einen Seite will sie noch nie eine Bundesliga-Titel geholt haben, auf der anderen Seite hat sie so den Neu, der Xabi Alonso, der vorher wirklich nur die wenigsteigende auf der Rechnung hatte mit dem erfrischenden Team und alles und jetzt will sich Bayern bedienen. Übrigens, Ablösesumme, gell? Hast du das gewusst, wie hoch es ist? Also, Ablösesumme für den Trainer Xabi Alonso scheint, also es wird gemunkelt, 15 bis 25 Millionen Euro. Ja, im Vergleich zum Spiel ist das immer noch wenig eigentlich. Ja, klar. Eigentlich wäre das eine gute Investition, wenn man den Titel dann auf sichert. Aber das ist ein bisschen schade. Natürlich hat ja Freude mal jemand anders als Bayern, aber Leverkusen ist doch Vizekausen, ist doch fast synonym, da kann man nicht mehr Vizekausen sagen. Und unter Haching verschwindet da aus den Geschichtsbüchern. Wieso? Ah! Leverkusen in letzter Sekunde gegen Unter Haching noch verloren hat und wegen dem nicht ist er Meister geworden. Ich glaube, nur vor über 20 Jahren war es. Ah, da muss ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, dann das Drama von Unter Hachings hat einen einen Sein gelenkt, weiss ich glaube, sogar der Sonnenscheid. Also, in jedem Fall hat Unter Haching dann noch, der Bayern hat den Nachspielzeiten gegen HSV noch getroffen und Leverkusen hat es nicht zustande gebracht, gegen Unter Haching im Sportpark zu gewinnen. Ist das dann gewesen, wo noch Schalke ähm, nein. Schalke kurzzeitig war es. Schalke ist ein bisschen später gekommen. Ja, da trifft man nicht. Aber lang ist es her. Aber darf ich noch schnell sagen, ich glaube, ich habe die Matche, wo ich Bayern München wirklich die Däume gedrückt habe, an ihren Hangabzählen. Gestern am Abend war es aber wieder der Fall. Spätestens nachdem, wo die Schlagzeile durchgekommen ist, Lazio-Fans stimmen in München faschistische Fangeseinge an. Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Immer wieder. Also guck, es ist offenbar mehrere Lazio-Fans im Hofbräuhaus dort versammelt und haben faschistische, weiss ich nicht, muss man das erklären, was mit Italien Faschismus für einen Grund hat. Ja, mit dem Mussolini und so. Auf jeden Fall ist ja Lazio nach dem rechten Gedankengut so. Ja, sehr sogar, ich hatte auch immer wieder Spieler wie hat er geheißen, als er den Hitlergruss gemacht hat. Ja, ähm, kommt mir auch nicht mehr in die Sinn. Namen verdrängt, aber zu Recht. Ja, wirklich, er ist ja auch vor Kurve gegangen und hat eben, aber nicht, 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 also, L geht auch beim Schlusswort jetzt. Äh, Lazio, Nazi, Grossspieler. Wow. Oh, da kommt es mal. Die Suche laufen in den Rädern auch. Jetzt habe ich statt Nazi, Nazi geschrieben, mit T. Ja, ist auch besser. Äh, so gar noch Tattoos hat er doch gehabt. Ja, ja, ja. Also ganz witterliche Figur. Ja, ja, es gibt ja heute noch das Banner bei den Lazio-Fans. Ich glaube, das ist immer noch irgendwo rum, Albe, das Banner von ihm, wo, 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 wo auch gezeigt wird. Ah, nichts mit den Diccanio, natürlich. Ja, Voilà. Item, auf jeden Fall eben im Hofbräuhaus und die haben, ähm, ja, quasi den Benito Mussolini verehrt und, und auch eben zum, zum Hitlergruss, das ist ja der Ducegruss oder so, ich will gar nicht zu weit auf ihn zeigen und so. Und ich finde jetzt einfach, das muss jetzt einfach Sanktionen geben. Ich habe jetzt gar nicht, wenn man noch mehr googelt oder so, ob etwas passiert ist oder ob jetzt da, ähm, UEFA müsste da jetzt eigentlich einschreiten. Also, du musst, ah, jetzt einfach mal, weil die Polizei schon da war, die deutsche Polizei, hat es so rausgenommen und da müsste jetzt wirklich einfach drakonische Strafe gegen die einzelnen Fans einfach mal ergriffen werden und dann musst du es einfach wirklich dort brechen, wo es weh tut. Das heisst, auf der einen Seite einen Portemonnaie selber. Drastische Strafe, Geldbussen und dann noch vor allem musst du einfach den Verein bestrafen mit auch hohen Geldstrafen. Ja, aber offenbar toleriert man das. Genau, du musst, du musst das Fanherz treffen und das geht leider einfach nur so. Ist einfach eine Sauerei. Genau, wirklich drakonische Strafe. Kein Platz für Rassismus irgendwo. So wie es jetzt bei Rapir Wien hat ja mehrere Spielsperren, aber jetzt sind Sanktionen ausgesprochen worden. Ah. Genau, mehrere Spielsperren und dann drei Punkte vor Rapide abzogen werden, absolut zu Recht. So, Luzie, jetzt haben wir schon fast 50 Minuten über Schulten diskutiert. Wollen wir noch kurz die Unterlage wechseln? Ja, wir haben noch so viel vorbereitet. Schulten nicht abgeschrieben, aber abgeschlossen. Ja, definitiv. Komm, Hockey, da muss ich den Ball jetzt oder den Böck eben wirklich mehr zu dir übergeben. Also, wir haben ja in der letzten Ausgabe eine interessante Diskussion mit dem Fibu vorher gehabt. In der Zwischenzeit hat er sein Legendenspiel gehabt oder sein Ehren- und Legendenspiel, wo sein Trikot unter das Stadion in der Postfinance Arena ist aufgezogen worden. Ja, ich glaube, er hätte es verdient gehabt oder ein oder anderer Fan mehr dort zu haben. Ich glaube, es ist nachher recht versöhnlich nachher abgegangen. Auch schön, hast du das mitbekommen? Er hat sogar noch beim SCB in den Stories hat er noch seinen Auftritt bei uns im Podcast noch einmal droppt. Genau, alles. Ganz schön. Fibu, merci übrigens für den. wirklich cool gewesen. Merci viel, vielmal. Und ich glaube, ich glaube, das hat damit so, ich glaube, jetzt, nach den, vor allem die, die jetzt so Freihöven, was geht's, die letzte Folge noch einmal schnell nachhören, was ich dir ganz am Schluss haben wir wirklich noch viertel Stunde, 20 Minuten mit dem Fibu eben über die ganzen Kerele, was da zuletzt alles gegangen ist, wie er sich missverstanden gefühlt hat und wie da wahrscheinlich auch aneinander vorbeigeredet worden ist, haben wir alles aufgeklärt. Und jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen Seelenfrieden für ihn. Genau, hat er auch verdient. Die Hand ist in einem schönen Rahmen gewesen. Und ja, jetzt ist das Kapitel, glaube ich, schön abgeschlossen. Jetzt geht es auch seit zwei Wochen gut mit den Playoffs, vorher gibt es die Playins. Also knappe zwei Wochen, warte jetzt schon in zehn Tagen, ja, über nächste Woche. Ja, voll, genau. Aber jetzt, genau, gibt es noch zwei weitere Playoffplätze, um ein bis sechs, ja klar, und jetzt gibt es den neuen Modus, der Donnerstagabend startet, Playin. Und das mit dem Nächsten. Muss ich dir das noch einmal erklären? Ja, also es ist jetzt eigentlich zwischen den letzten vier Teams, oder? werden noch zwei Teams gesucht, die dann auch in den Playoffs mitmachen. Also ja, ich glaube, das ist schon eher nicht klar. Es gibt jetzt einfach noch zweimal zwei Partien. So. Nein, dreimal zwei. Komm noch einmal mit den Playins. Also die ersten zwei Duellen sind jetzt ab dem Donnerstag Lugano-Ambri und bei Servette. Das letzte genannte Team, das schlechter in Anführungszeichen klassiert ist, zuerst zu Hause und dann auswärts. Es gibt, ja, wirkt ein bisschen komisch, aber das ist, es geht nicht nach, Golfräder spielt keine Rolle. Nehmen wir an, nehmen wir jetzt Serie Lugano-Ambri. Amri zuerst in die Tardo-Arena. Amri gewinnt 1-0. Verliert aber nachher am Samstag Lugano 10-0 und haben ja beide eh einen Sieg. Das ist nicht so, dass Lugano weiter ist, sondern dann gäbe es eine Verlängerung. Ah. Und nachher, wenn Amri dann zu Gau so zu schiessen, wäre Amri weiter, obwohl man 10-1 verloren hätte. Dann wäre es einfach 10-1 für Lugano nach Verlängerung. Aber Amri weiter. So kurios wäre es. Aber für Lugano wäre es nicht so tragisch, weil das Duell 7 gegen 8, da kommt der Verlierer noch eine zweite Chance rüber. Und zwar gegen Sieger von Serie 9 gegen 10, sprich Biu Servette. Also, wer dort verliert, ist die Saison fertig. Wer dort gewinnt, muss noch gegen Verlierer von Lugano Amri hat Zeck und der Sieger von diesem Duell, hat der zweite Playoff-Platz. Aber was für ein geiles Duell Lugano Amri. Ja, das Tessiner Derby und auch Servette Biu Respekt Biu Servette Playoff Final Rewards plus das Tessiner Derby. Also, zum Tessiner Derby, da muss man nicht mehr gross dazu sagen. Es werden schon Tickets für 500 Franken online in Einschlägungen vorverkauft. Das ist wahnsinnig. Das war in wenigen Sekunden ausverkauft. Was dort was dort Ja und die Euphorie die ist ja auch in der Le Verne also zu Genf mehr als nur Allgegenwärtig nicht zuletzt nachdem es mir die Champions Hockey League gewonnen hat dort ja auch Tickets für das Finalspiel innerhalb von drei Minuten alles ausverkauft gewesen Restlos Aber jetzt stellt euch mal vor wenn der Champions Hockey League Sieger sich nicht für Playoffs in der Verlierer von Amri Lugano wird zu hart genau also dagegen hat sich enorm gesteigert also beides sehr ausgelichene Duell Statistik nehmen wir das hinter Derby es hat etwa fünf Playoffs Serien gegeben Amri hat noch keine einzige gewinnen ist klar Statistik für Lugano aber ja ich gebe es zu mein Herz schlägt für Amri hat enorm Freude wenn die Leventiner da weiterkommen das wäre natürlich riesig für Amri mit der Offensive Lugano hat wird es sehr schwierig auf der anderen Seite Amri fünf Siege aus den sechs letzten Matchen die sind im Flow aber Playins oder Playoffs je nachdem wenn wir es so bezeichnen kennen den halt eigene Regeln und ich kann mir vorstellen dass Lugano sich wieder besinnt und da die Serie gewinnt aber Amri hat noch zweite Chance aber der Gegner David Pio oder Servet ist sicher nicht einfacher also realistisch gesehen denke Lugano und Servet sollten es schaffen aber ja wer weiss gibt es Überraschung Du hast jetzt eigentlich quasi Lugano schon in die Playoffs kieft ja das ist ein bisschen ein Statement wir kennen es ja immer unglückliche dramatische Niederlagen typisch wäre jetzt wenn man das Heimspiel gewinnt bis eine Minute Verschluss führen in Lugano dann Lugano ausgleichen es gibt zum ersten Mal wieder Unentschieden also nehmen wir an Lugano gewinnt das Hinspiel in Ambrie und zurück zu Lugano endet unentschieden gibt es keine Verlängerung mehr dann ist Ambrie weiter aber eben typisch wäre zwei späte Last Minute Goal und dann noch eine Verlängerung verlieren das wäre typisch Ambrie aber du sagst jetzt so ich finde in den Playoffs ist alles ein bisschen anders immer und dort sind so viele Emotionen im Spiel und es gibt kein anderes Duell wo sonst schon immer so viele Emotionen auch während der Regular Season mit sich bringt als Ambrie gegen Lugano oder Lugano gegen Ambrie und du hast Lugano schon in die Playoffs gelegt Ich rede aus Erfahrung weisst ich bin schon als Zehnjähriger habe ich schon dramatische Niederlage mal 89 90 7 8 oder 8 9 gegen 8 zu 9 genau gegen Freiburg im Playoff es war im Halbfinale oder Viertelfinal ist mir auch dramatisch rausgekommen noch 8 7 geführt bis 2 Minuten von Schluss 8 9 verloren das gleiche im 91 Halbfinale Ambrie Freiburg dann war noch Best of 5 Game 5 in Freiburg 3 2 geführt bis 40 Sekunden von Schluss 4 4 2 sogar 4 2 geführt und dann in den letzten Minuten Bickhoff Komutov 4 4 und dann eine Verlängerung gegen Pascal Schaller ich weiss es nicht mehr oder Komutov Ambrie ist bekannt für dramatische Niederlagen und zwar wirklich Drama pur und das gehört ein bisschen zur DNA von diesem Verein müssen leiden und umso mehr freut mich auch eigentlich schon jetzt weil man das Ziel ist immer Liga zu erhalten dann hat man es super geschafft ja das ist ein bisschen das hätte Ambrie gegeben und wenn Ambrie nein das geht gar nicht Ambrie und Meister wird nie möglich sein Ambrie war noch nie Meister wie Freiburg auch nicht aber ja der ging den Mythos verloren den Sympathiebonus von Ambrie in der ganzen Schweiz bei vielen Fans hat der sympathische Andertag wie Ambrie Meister würde eben völlig utopisch sage dann wäre der Andertag Bonus wie weg und dann wäre Ambrie und das Kommune 0815 Verein so 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 sehe ich noch nicht gerade also ich meine eben wie der Verein der mit Leiden Schaft verbunden ist und so eine Brücke geschaffen hat so eine emotionale Brücke zwischen den Fans und dem Verein selber also Sehnsucht da ist nach dem Malen Erfolg es ist im Moment noch völlig utopisch klar wenn Ambrie mal Meister würde unvorstellbar aber eben dann könnte man dann nicht mehr sagen Ambrie der Andertag der immer dramatisch verliert und so die Sympathie Punkte rein zu das zweite Play-in Duell eben Vorteil für Servet oder für Genf aber was spricht vielleicht auch für Bieler haben wir jetzt so überlegt also Bieler haben jetzt ja das hätte sicher Mum gegeben in Genf und Genf ist auch noch um etwas gegangen die hätte noch Nacht werden sprich ja eine Chance wie soll ich sagen eben hätte nur einmal gewinnen und jetzt müssen sie zwei Serien gewinnen zwei Play-in Serien und von dem hat Biel sicher Selbstvertrauen tanken und natürlich noch Rewoche Lust aber ich denke jetzt ja vom Kader ist denke ich gleich sehr wird favorisiert aber vielleicht könnte es bei Biel kräft freisetzen plus noch Revanche Lust vom verlornigen Finale auch wenn Biel sollte den Ser schlagen ist auch möglich das habe ich das Gefühl es kann erst so wie den Knopf auf gehen die Erleichterung genau dann das Duell gegen ZSC wäre natürlich spannend das könnte aber genau die Kräfte freisetzen dass man jetzt erst schlecht und dann die Türe zieht das wäre sehr spannend das würde natürlich ein riesen Token im Heft im Saison Heft wenn der Fiegerschnitt in den Playoffs wäre ja gut also bleiben wir natürlich dran und ich sage es jetzt mal so über die restlichen Playoffs so da werden den Zug ja können wir den Nächsten geben es geht ja noch mehr als über zehn Tage dann müssen wir die Serie oder können wir den jeden unter die Lupe nehmen genau genau kommen wir es ja schon wartet dann ist das Play-In das zweite Play-In Duell also der vierte Match von den Play-Ins ist auch erst am Donnerstag aber es zeichnet sich ja schon ein ich bin in Gedanken im Fall schon bei unserem nächsten Thema wenn wir schon schnell auf die Ski gehen genau gibt es zwei Themen ja also auf der einen Seite Marco Odermatter finde es ist wirklich wahnsinnig was am letzten Wochenende in Nordamerika abgegangen ist in Aspen und er die beiden Rieseslalome gewonnen hat trotz Reinfraf trotz der Riesenfehler ja das ist fertig das habe ich noch schnell Zweck gemacht liebe Grüße an Kollegen von Watson der Skisportabteilung fantastisch der Zusammenschnitt wo der zweite Lauf vom Odi in Aspen im zweiten Rieseslalome war der Riesenbock drin hatte und wie sie nennen alle die verschiedene die schweizer kommentar der deutsch kommentar der österreichisch französisch italienisch und englisch kommentar nebeneinander geschnitten die ganze welt ausgeflippt ist ab der leistung von mark odermatt wo schon schneidere reingehen ja gib mir das liebe komm jetzt mal schau ob das funktioniert wer tut die jetzt hier kommt er steilen rein da ist wild da hebt es einmal kräftig aus da ist der aussen schien weit in der luft gewesen er rora die oder matt der fährt wild er muss es auf dem in den sk retten bei ihm er ist in der race war recoveries marco odermatt he's lost half a second we know that this man could find that time anywhere muss er voll attack ieren jetzt das flachstück wie viel tempo nimmt damit wie viel tempo kann er mit seiner famosen technik da rausholen schauen sie sich das an der ist dran trotz dieses riesen fehlers im vergleich zu timon haugern und das ist überhaupt fragen sie mich nicht wie er das macht einfach marco oder matt er holt im letzten abschnitt noch mal so viel raus 58 100 das gibt es 58 centesimi mezzo secondo guadagnato su haugern nell ultima parte sa va hyper vite sa va hyper vite oh la 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 folie oh mais c'est incroyable qu'est-ce comment il a fait sur ces deux derniers secteurs mon dieu das is an unbelievable run he's given himself every opportunity to make it 9 from 9 he had no right to take the lead on that second run with these types of errors but what a lower half of that run that is gross art and really nice together 9 9 9 9 9 9 and 58 100 he's already he's already unmenschlich it is really unmenschlich I think also the day before with the first in Espen he's he's not from this world he's not from another Stern he's 12 from 12 12 is so logisch ja wobei ein Riese wurde abgesagt ah stimmt ja das wurde schon gestern am zeitstag muss ich immer überlegen was wir heute haben das Riese aber jetzt ist auch noch der slalom also gar keine rennen in kranz kagora und darüber müssen wir nicht darüber diskutieren Odi wird sich den Gesamtwelt geh holen er wird sich den Riseslalom kugeln holen logischerweise Super G ja natürlich wer aber in der Gesamtwelt geht bärtig plötzlich auch noch auftaucht ganz vorne oder vorne genau genau oder Faschle der Stan Wawrinka ganz schau ja wer hat jetzt den Blick gelobt der Stan Wawrinka des Skisports ja ich das auch bei den Kollegen von Watson gelobt ich will niemand schau ja der Stan wawrinka des Skisports und sie haben den Nacken auf Kopf getroffen 1 2 loike meijahr hat man nicht auf der rechnung gehabt ist aber im Gesamtwelt gobb aktuell auf Platz 3 hinter Odi und Manuel Fell Mönstreicher und den kann er noch holen ja ich glaube drei punkte und man so richtig gemerkt als die Leute geführt dann kommt Odi ab beim abklatschen zwar wie so strahlen aber man schieße es richtig an schon wieder Odi ich finde es geil wenn Top Athleten die Emotionen zeigen klar steht nicht und sagt das scheisse mir jetzt als der wieder Vortrag fahre Hund ja aber das ist etwas anderes wenn die Rivalität ist logisch es scheisse doch immer dass der Fels vor der Sonne ist gestanden Hört doch auf mit dem Räumen und tanzen nach den jewilligen Rennen Nein ich bin froh wenn er noch vor der Sonne fährt Nein das darf doch der anscheissen Ja aber Odi werden Meijar jetzt überall von vorn drauf auf den schweizer illustriert zum Sportler des Jahres etc vor allem hat er an dem Wochenende drei Siegen eingefahren zweimal im Riesen und dann auch im Slalom ja hat er auch gewonnen gewonnen also Schapa Loic Meijar also wirklich man immer gesagt es reicht nicht immer die sechsten siebten Plätze aber jetzt ist wirklich knapp auf gegangen also im Loic sein grosse Problem sie immer eigentlich die zweiten Läufe gesehen oder dass er einfach nur zu unkonstantisch und unkonstantisch und immer nicht biseln nein dass er zu unkonstantisch gesehen und immer einfach einen Lauf noch verholt hat in Anführungs- und Schlusszeichen immer mit der Welt mit gefahren aber nie so ganz an Spitze und jetzt mit 27 das freut mich wahnsinnig für ihn ich glaube er ist ein ganz so guter Typ ja sehr sehr verschieden sehr sympathisch und ist ja auch sie sagen selber auch Team der absolut professionellste von allen Fahrern sehr seriös also wie Pauli Miller Eskapade von dem her wirklich ich finde es so cool stell dir mal vor wenn der Leuk Meier jetzt wirklich im gesamten Welt noch auf Platz 2 fährt aber ich glaube es ist nicht ganz Kragora heute wurde abgesagt genau beide so Valerisa ist mit dem Dienstag und Slalom heute Mittwoch aber das ist ja auch so etwas wenn Kragora noch Skiwalkenpfal ist ja auch nicht hoch oder das ist nicht halt so warte ich war von Maribor Kragora ich weiss jetzt bin ich noch nie da ich von mir raus gelassen etwas gesagt aber warte jetzt Meier hat ja es sind drei Pünktchen wo er Rückstand hat auf einen Feller und schnell schauen wie viele Risen und wie viele Slalom Risen sind noch zwei Slalom die jetzt wollen rennen genau gut natürlich mit dem Feller ist natürlich auch allrounder Typ ja ich habe jetzt habe ich da bei den Frauen geschaut weisst ja bei den Mann aber das hat eigentlich gleich ah da Risen noch ein Risen nur noch je ein rennen ja natürlich Weltkopf final das wäre das zweitletzte war stimmt das ist natürlich noch je Disziplin in allen rennen also Abfahrt der Risen Slalom super Schien ganz einfach Leuk natürlich auch in der Abfahrt noch also ja wenn er überall am Start ist denke ich ausser dem Slalom vielleicht wo der Fehler schon besser ist der Leuk ja wobei ich meine jetzt hat er ja auch den Slalom gewonnen am Wochenende ja eben plus er kann sogar im Slalom schlagen also die drei Pünktchen die Houten das sollte möglich sein oder stell dir jetzt mal vor wenn der von Anfang an von Anfang an einer Saison eine funktionierende Bindung hätte die nicht immer aufgegangen ist ja der Rückstand auf Wodi ist schon zu gross ja ok ja aber er hat selber gesehen ich habe in diesem Winter mein Selbstvertrauen innerhalb von zwei Rennen verloren und habe ungefähr zehn gebraucht um es zurückzugewinnen das sind zwölf Rennen wenn er die zwölf Rennen euch der Konstanz hat hergebracht wie zuletzt die letzte Woche ja so viel dazu ich finde es so der Odi hat ja eh schon alles gewonnen damit es einfach Vollgas noch dem Leuk drücken genau das soll jetzt Rang 2 unbedingt holen kurz bevor wir die Aufnahmen gestartet haben plötzlich die Meldung tritt Lara Gut Berami zurück genau bei unseren Kollegen mit Kaffee am Pistenrand wie heisst es Podcast am Pistenrand bei unseren Kollegen von Kaffee am Pistenrand gehostet von Vreni Schneider genau nein Podcast am Pistenrand Tina Weirather hat da offenbar etwas durchschimmern natürlich noch gar nichts vorbereitet Fakt allerdings ist Lara Gut Berami wo sehr gute Chance hat Gesamtwelt geht bei den Frauen abzuräumen hat eine fantastische Saison bis jetzt hergelegt auch die kleine Kristallkugel in mehreren Disziplinen ja und jetzt sie ja ja von wegen sie will sich das nicht mehr antun mit in Ushuaia also Argentinien Vorbereitungen machen und das hat sie schon mal gesagt WM nächstes Jahr noch 25 WM will sie schon aber sie hat gesagt vielleicht sie sind vorher zu zurück getreten also sie hat weder zu anderen ausgeschlossen und Tina Weirather gesagt in ihrer aktuellen Folge sie kann sich durchaus vorstellen dass Lara Gut schon vorher zurück getreten mit Erzuan Neumann sie mehr Gesamtwelt gewinnt sie plus x weitere kleine Kristallkugel und ja nächste Saison kommt die Konkurrenz zurück mit Michaela Schifrin mit Petra Vilova wobei auf der anderen Seite könnte man auch sagen ja beweisen hey ich kann die Gesamtwelt gewinnen wenn die Konkurrentinnen da sind auf der anderen Seite könnte sie sagen dritten auf dem Höhepunkt ab also es ist jetzt da ich weiss noch nicht welchen Gedanken man da muss präferieren gell wird in anderen Halbmonaten 33 30 ja also kann längstens 2-3 Jahre fahren aber trotzdem sind alles gewonnen die man gewinnen sind gemütlich ein Pedalo aber hat sie vielleicht schon auf dem Lago die Lugano mit dem Ballon ein Pedalo fahren Pauli gut der Bär hat schon längstens so eine 20-Metre-Jacht organisiert das ist eine Jacht nicht ein Pedalo garantiert aber so eine die schnell auf das Gaspedal drücken dann erducken sie mit dem Bung oder mit der Front vom vom Lara und der Wallon auf dem Pedalo fahren Blick Love Story wäre das ein Titel Pedalo Lara Pedalara Petalara Pedalo Lara ist fast ein Zungen schnolzen von Bohnen und Pedalo Lara das ist doch ein schöner Titel wir können vom L wie Lara noch schnell rüber gehen zu L wie Lukas Braten genau das müssen wir schon noch schnell reinnehmen da wird aktuell fleissig diskutiert wann ist es das war der Rücktripp verkündet ein Tag voll im Saisonstart ist das gewesen oder und Lukas Braten der 23-jährige Norweger der Shootingstar schlechthin gesehen der gesagt hat ich habe keinen Bock mehr es ging vor allem darum dass er sich mit dem norwegischen Skiverband verkracht hat er hat ja eigentlich helmsponsor privat was für ein getränk ja ich habe keinen Bock darauf das zu sagen nein bock warte ist ein bull ist ein bull gleich wie ein bock nein das ist wahrscheinlich das gleiche tier die ganze baueren community jagt die mit brennenden fackeln und mischgabeln durch die stadt bockst nicht gleich bull auf jeden Fall hat er unter norwegischen skiverband gesagt nein machen wir nicht und ja es ist klar weisst du wie viel kohlen du machst es würde sagen ja der marco oder mattes mal würde sagen er darf ja er hat ja aber das verstehe ich vom verband nicht so eine grandiosen skifahrer die russen wahrnehmung ist ein sympathieträger und das schenken man hunderte Punkte verschenken das hat man jetzt der fahrt das ist angerichtet für norwegen aber sie müsse ja wie das okay geben dass er die Punkte mitnehmen sonst hätte er so viele Punkte dass er gar nicht im Weltgott starten sondern er muss noch irgendeine Provinzrennen anstarten dass er die nötigen Punkte hat das nennen bei den Junioren wieder bei den Fissrennen ja genau er will ja jetzt wieder anfangen für Brasilien das herkunftsland von seiner Mutter wo er ist ein doppelbürger norwegisch brasilianischer und ich finde die Story schon geil brasilianischer das wäre schon cool man hat schon einen griech und jetzt sollten wir noch einen brasilianischen und der jay guinness ist ja einer seiner grössten konfigurten zusammen trainiert und die Geschichte wenn ich abwende wäre es einfach am nächsten Saison wo er könnte für Brasilien starten das hat ja Odi schon angetönt kurz nachdem er zurückgetreten ist Lukas Braten hat er Odi gesagt es würde man nicht verwundern wenn er den Platz auf Brasilien starten und jetzt ist das offenbar immer deutlicher geworden und dann hat er das auch gesagt ja das wäre eigentlich eine coole Geschichte ich stelle mir das vor das ist Didier Skiflip dann wird der Salsa tanzt dann auch beim Zielraum und so Nein Salsa nicht brasilianisch Ski Dress gelbgrünes gelbgrünes Skidress abgespacet Millionen Menschen plötzlich in Berührung kommen mit genau dem und dann hast du so einen flippigen so einen funky Typ wo Fingernägel 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 kann ich nur reden dann gäbe es sicher Euphorie irgendwie zu Rio Public Viewing bei den Skirennen was hat Brasilien für Zeit also es ist meistens über Mittag die Skirennen 10 in 1 es hat morgen Minus Zeit Rio die haben jetzt ein Viertel vor Fünft am Nachmittag Viertel vor Fünft 6 7 also 4 Stunden zurück also ja hatten sie beim ersten Laufmorgen um 6 ja gut das kann man ja mal machen oder 4 vor 6 ist im Rennen am Morgen also eben ein Riesenmarkt auf der einen Seite auf der anderen Seite dann müsstest du nachher auch der fussballverrückten Nation Brasilien erklären warum es jetzt die Skifahrer immer andere Rückennummer haben das wäre ja nicht logisch das checkt man vielleicht gar nicht wenn man zum ersten Mal in Berührung kommt ja gibt es Skigebiet in Brasilien das finde ich interessant das müssten wir unbedingt mal ausfindig machen Argentinien gibt es ja wir können es ja ich meine heute ist ja ja auch schon alles künstlich beschneid dann stell dir mal vor anstatt am Matterhorn gibt es die neue Abfahrt am Zuckerhut zwei Skigebiete wirklich Liste und Karte lustig aller zwei Skigebiete in Brasilien steht auf skiresort.de alle wissen irgendwie hunderte wären geil und wie heisst sie sie kannst du sagen äh Sky Mountain Park Sao Rock nein das drittgrösste ich denke die widersprechen sich da obwohl es auf der gleichen Seite ob ich die Pistenlänge ah da grösste Skigebiete nein sie gleich zwei grösstes Skigebiet in Brasilien Skimountain Park Sao Rock ist das grösste Skigebiet in Brasilien die Pistenlänge beträgt du es glaubst wie lange ist die Pisten das grösste Skigebiet das kann ja nicht wirklich wahnsinnig fies 250 Meter du bist nicht schlecht 0,3 Kilometer oh 300 Meter 300 Meter das ist auch irgendwie in einer halben oder etwas ok und nachher noch Snowland Gramado eine Skihalle 0,1 Kilometer geil ja warum nicht genau das sind die einzigen zwei es gibt zwei Hallen das ist alles in der Hocke am Zuckerhut an der Hocke am Zuckerhut und Höldifferenz 30 Meter beim grössten geil 30 Meter ja und die Tageskarte kostet ungerechnet 15 Euro und Eilift hat es natürlich logisch aber ich meine das ist ja dann auch etwas du merkst wenn ich dann heran will das macht ja eigentlich absolut umwelttechnisch gesehen kein Sinn in Brasilien ein Skigebiet zu betreiben und da frage mich dann auch Lukas Braten ist ja eigentlich ein typischer Gen Z Aushängeschild wo auch für umweltfreundliches Denken und so weiter und so fort steht wo sich mit allem identifiziert aber wie umweltfreundlich kannst du dann auch als Person sein wenn du für die brasilianische Nation im Skiwelt fährst und die ganze fliegt dann auch in Brasilien muss er dann auch in Staffmeetings oder so in Brasilien heute ist er zwischen einem Rennen in Nordamerika und einem in Dolomite ja wenn er konsequent wäre nein aber es ist ja kein echter Skigebiet für das Hau also ein Hau als Skigebiet zu bezeichnen ja aber gleich ja natürlich aber weisst du was das für eine Umweltbelastung ist so eine Skihau zu betreiben also gehen wir auf Dubai und ab und ab da gibt es mehrere ja eben aber das ist ja genau mein Punkt also bis jetzt in der Wüste einen Skihau baust oder in Brasilien ist wahrscheinlich auch genau aber ja gut vielleicht gibt es ja ich weiss es auch nicht für mich ist halt Brasilien wirklich einfach so Copacabana und so gerade dann kann ich auch Skifahren aber wirklich klasse Skigebiet wie Argentinien wo es ja wirklich Naturschneet bestimmt gibt es nichts müsste man dann vielleicht auch für die brasilianische Bevölkerung die 215 Millionen Menschen mitnehmen müsste man vielleicht auch Lukas Braten sagt jetzt dann Bratinho das ist genau lustig Bratinho Silva de Nascimento oder einfach Lukas Lukas genau einfach nochmal Lukas 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 ja das war ja Hulk ist schon vergeben Neymar Lukas Junior Lukas Junior ja so dann müssen wir erklären warum es die Rückennummer wechselt und eben so einen Spitznamen nehmen er gibt Samba in dem ist es Samba wie sagt man so das ist so eine brasilianische Samba Samba ja ist der bekannt Samba De Janeiro mit Il Phenomeno Lucas Lucas das ist ganz schwierig mit dem Portugiesisch ja schön also ich würde mich freuen wenn Lukas Bratinho plötzlich in einem gelbblauen brasilianischen Ski-Dress würde den Huger abrösten er gibt ja glaube ich Donnstag für die 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 schon in der Nacht auf den Donnstag reinglassen er gibt im Verlauf des Donnstieg noch eine Medienkonferenz ah schon genau können wir in der nächsten Folge darüber diskutieren ja du ich habe es eigentlich von meiner Seite ein Punkt den ich eigentlich noch schnell wollte drinnen weil wir es einfach in den gesetzten letzten 50 Folgen nicht mehr hatten was ist eigentlich mit dem Kicker Manager Game du es hat Wandsche oder Wands Wands jetzt sage ich jetzt Riesenvorsprung Riesenvorsprung ja sowieso unbedingt geschrieben von Wands heisst Wands richtig Ende Saison also vor allem die die vor ein paar Folgen angefangen haben die sich jetzt fragen was zum Typen von was redest du unser Kicker Manager Game das ist Bundesliga basierend und da haben wir so eine Online Community und eine Liga gegründet zur Schatzbank geflüchtet da darf man selbstverständlich noch immer mitmachen kann man uns kontaktieren via Instagram schon verlinkt in den Shownotes und dann laden wir in die Liga immer eine lustre Runde und Wands trocknet uns momentan auch unter zwei Punkte hat er in der letzten Runde geholt Wahnsinn wir sind aber auch immer im zweiten und sechst aber Wands ist aber ganz zent Elian Gigax nur fünf Punkte und wie gesagt der Preis ist immer Ende der Saison die Online Manager Liga läuft analog zu der Bundesliga Saison wenn die Liga Saison fertig ist ist das Manager Game Saison fertig und dann gibt es natürlich für den Sieger oder Siegerin den Auftritt bei unserem Podcast Reis das ist über den nächsten Folge sonst geht es zu lange noch darüber reden wir reden aber mit Nagel und Köpfe machen er ist der Tram Fahrer überlegt. Ich habe ein bisschen zusammengestiftet. Dann habe ich noch ein Bachelor organisiert. Dann können wir dich jetzt damit beauftragen. Überleg dir doch mal so potenzielle Podcast-Reischen, die wir auch wirklich umsetzen und die wir dann in die Community rausgeben können. Der Salzbank Flüster-Community. Können wir irgendwie weitere Vorschläge? Ja, könnte man doch machen. Dann können wir das dann mal diskutieren. Können wir in der nächsten Woche machen. Sehr schön. Hey, viel geschnurrt. Du, über eine Stunde 20. Du, das ist fast ein Rekord. Deco drauf. Machen wir. Freuen mich jetzt schon auf nächste Woche. Wie gesagt, ich nehme dann noch ein kleines Küchen mit zum 100. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ja, Tito. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Merci vielmals und bis in der Woche. Yes, salut, salut, salut. Ersatzbankgeflüster mit Energy-Sportreporter Lucifrika und Energy-Moderator Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.